Mein Name ist Christian Behrendt, ich arbeite für die B1 Systems. In dem Vortrag heute geht es um Vagrant. Ich habe keine Slides, also wir machen halt Live-Demo. Also ich denke, man kann bei Vagrant, wenn man es sich anguckt, dass man einfach am besten ein Gefühl dafür bekommt, was man damit machen kann nachher und wofür es sinnvoll ist. Deswegen habe ich mir die Slides erspart. Vagrant ist von HashiCorp, das ist eine Softwarefirma aus den USA. Es geht primär darum, dass man hier reproduzierbare, leichtgewichtige, portable Entwicklungsumgebungen damit erstellen kann. Sprich, was man möchte ist, man hat irgendwie Code und man möchte dafür eine Entwicklungsumgebung haben. Das Problem ist, was man oft hat, man hat nur den Code und muss sich die Entwicklungsumgebung erst mal selber irgendwie aufbauen. Und das funktioniert halt normalerweise nicht. Das heißt, es dauert irgendwie viel Zeit. Man hat das Projekt irgendwie eine Abhängigkeit nicht dokumentiert oder man hat gerade kein virtuelles System zur Hand oder muss das erst manuell installieren und so weiter. Das heißt, was man eigentlich möchte, ist, man möchte das Repor-Sektor auschecken, zum Beispiel, Ups, das war falsch, von GitHub. Moment, ich muss schnell... Also ich habe meinen Code, ich möchte den auschecken, ich möchte jetzt damit irgendwie testen. Ich nehme jetzt Terraform als Beispiel, das ist ein anderes Projekt von der gleichen Firma. Und ich möchte damit irgendwie entwickeln und so weiter. Ich möchte aber nicht erst hingehen und das irgendwie manuell alles irgendwo per Hand installieren und so weiter. Sondern ich möchte einfach einen Befehl machen und anschließend soll das Ganze laufen. Und dafür gibt es eben Vagrant. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach das Terraform Reporzitorio auf GitHub. Und wenn man jetzt hier guckt, da liegt dann hier ein Vagrant-File drin. Und in diesem Vagrant-File ist einfach die Entwicklungsergebung geschrieben, die ich nachher brauche, um eben mit Terraform das kompilieren zu können, um es ausführen zu können und so weiter. Und vom Prinzip her ist das einfach Ruby. Das heißt, wir haben unten die Basiskonfiguration für Vagrant. Und anschließend wird in diesem Vagrant-File einfach definiert, wie die Entwicklungsergebung aufgebaut werden soll. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel eine definierende Box. Also bei Vagrants sind Boxen, das sind einfach vorgefertigte Machine-Images. Also zum Beispiel Ubuntu oder jede Distribution, die es halt gibt, kann man da halt sich definieren als Machine-Block. Und man kann Hostnames setzen, man kann Provisioner benutzen, man kann die Ressourcen definieren, man kann dann irgendwie Files in das Virtual-System rein synchronisieren und so weiter. Das heißt aber, der Startpunkt, den man für Vagrant immer braucht, ist, man installiert sich erstmal Vagrant. Vagrant kommt daher als Binary-Block, den man sich hier einfach runterladen kann, als Debian-Paket, RPM-Paket, macOS und Windows. Den installiert man entsprechend. Und anschließend braucht man auch noch eine Virtualisierung. Das ist per Default Virtualbox. Man kann aber auch zum Beispiel VMware nehmen, wobei VMware das Plug-in ist kostenpflichtig. Also das ist ein Teil, wo HashiCorp sein Geld mitverdient. Also normalerweise, wir nehmen immer Virtualbox bei uns und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das heißt, man installiert sich noch eine Virtualbox mit auf dem Server drauf oder auf die Workstation drauf und hat eben anschließend schon eine funktionsfähige Vagrant-Umgebung. Was man dann noch braucht, sind diese Boxen. Die Boxen, die sind auf Atlas. Atlas ist eine Plattform von HashiCorp, auf der eben diese Machine-Images geteilt werden können. Und, Moment, achso, ich habe vielleicht noch die Outline. Also was ich heute zeige, das habe ich bei mir hier auf das GitHub-Repository draufgeladen. Also hier sind die ganzen Beispieldateien drin in den Ordnern. Und hier ist auch dann nochmal so ein ASCII-Doc-Dokument. Und das ist im Endeffekt dann hier dieses Dokument. Also das sind im Endeffekt die einzelnen Sachen, die ich jetzt gleich zeige, mit entsprechenden Ein- und Ausgaben dokumentiert, damit ich mir das nicht alles merken muss. Und weil hier ist nämlich auch der Link auf die Suche, auf diesem Atlas. Das heißt, wir haben hier eben diverse Boxen von diversen Anbietern. Also Ubuntu bietet zum Beispiel offizielle Images an, die direkt von Ubuntu gebaut werden, bereitgestellt werden. Es gibt von Chef, gibt es ein Projekt, Bento nennt sich das. Die eben diverse QA-Systeme von sich aus bereitstellen, mit denen sie immer ihre Chef-QA durchführen. Und dann gibt es noch Box-Cutter, mit denen man auch nochmal Images bauen kann und auch runterladen kann. Aber generell findet man eigentlich zu jeder gängigen Distribution hier drauf auch ein Image, das man benutzen kann. Und wenn man dem Ganzen nicht vertraut, dann kann man sich die Images eben lokal auch selber bauen. Das zeige ich nachher noch und die dann entsprechend weiterverwenden. Wenn man jetzt mit Vagrant anfangen will, muss man im Endeffekt einfach mal braucht dieses Vagrant-File. Und das initialisiert man sich einfach mit Vagrant-Init und dann eben entsprechend einfach den Namen von dem Image. Ja, mit Y. Und man hat anschließend hier ein minimales Vagrant-File. Einfach, das ist, wie gesagt, Ruby-Syntax. Und wir definieren uns jetzt hier ein Konfigurationsobjekt. Das heißt, wir machen mit Vagrant.configure in API-Version 2 irgendwas. Und zwar möchten wir jetzt einfach nur die VM-Box Ubuntu Trusty64 eben benutzen. Wenn ich jetzt, kann ich das schon starten, dann würde wir entsprechend diese Ubuntu Trusty64-Box von der Atlas-Cloud runterladen, würde die auf dem System dann entsprechend kopieren, dann ein neues virtuelles System anstarten. Das heißt, man kann sich hier einmal die auf dem System verfügbaren Boxen anzeigen lassen. Jetzt kann ich hier mal die Box entfernen, damit man den Download-Prozess gleich sieht. Das macht jetzt einfach ein Vagrant ab. Und anschließend wird eben entsprechend die, jetzt von Atlas, dieses Machine-Image runtergezogen. Und, ja, das dauert jetzt einen Moment. Genau. Und anschließend wird das jetzt eben einfach auf Virtual-Box ein neues, eine neue VM erstellt. Das heißt, wir haben jetzt hier, ja, ist noch nicht da. Genau. Und haben jetzt hier entsprechend eben unser neues Virtual-System. Jetzt wird das initialisiert. Das heißt, der hat jetzt eben einen Host-Adapter reingeschoben, macht ein Port-Forwarding von Port 22 auf dem Gast-System, was er erstellt hat, auf Port 2222, damit wir uns per SSH drauf verbinden können. Bootet jetzt die Instanz und loggt sich dann auf die Instanz ein und setzt dann nochmal den Host-Name oder würde irgendwelche Provisioning-Skrips ausführen. Injectet den SSH-Key, damit wir uns auch gleich drauf verbinden können. Und synchronisiert noch die Dateien rüber. Das war es schon. Das heißt, wir können jetzt eben anschließend mit Vagrant SSH einfach uns auf das System einloggen und haben jetzt eben ein Ubuntu, Drusty 64, mit dem wir entsprechend dann arbeiten können. Das ist so, so startet man jetzt im Endeffekt. Was man jetzt machen kann, ist, Also wir haben es jetzt konfiguriert, wir haben es hochgefahren, wir haben uns darauf verbunden. Man kann sich jetzt auch noch manuell verbinden. Das heißt, wir können uns hier mit SSH-Config einfach die Konfigurationsdatei angucken, die jetzt eben für dieses virtuelle System genutzt wurde und könnten uns jetzt über diese auch direkt per SSH eben mit dem virtuellen System auch auf dem Host verbinden. Das heißt, wir sind nicht auf dieses Vagrant SSH angewiesen, sondern können dann eben auch irgendwie mit SSH-Copy direkt auf das virtuelle System drauf zugreifen und damit arbeiten. Aber immer an Localhost erstmal dran gebunden. Was man jetzt machen kann, ist natürlich, man kann es abschalten wieder. Das heißt, die VM wird entsprechend wieder runtergefahren. Destroy ist runterfahren und kaputt machen. Also es gibt auch noch Vagrant Halt, das würde halt wirklich runterfahren und es gibt noch ein Vagrant Suspend, wo er dann entsprechend den Machine State speichert und dann kann man mit Resume wieder nachstarten. Aber Destroy würde halt wirklich die VM zerstören. Das Erste, was man machen möchte, ist natürlich, man möchte dem Ganzen einen schönen Hostname geben. Das heißt, man hat eben die Möglichkeit, über diese Konfigurationsobjekte jetzt auf diverse Parameter von diesen VMs zuzugreifen. Also das Einfachste ist einfach jetzt erstmal ein Hostname zu setzen und man hat da eben eine ganze Latte von Einstellungsmöglichkeiten, die man auf so einer VM machen kann. Also man kann Boot-Timeout machen, wie lange soll das warten, bis es hochkommt, soll die Box aktualisiert werden und so weiter. Also man kann sich eben hier in dieser Dokumentation von Vagrant die ganzen einzelnen Parameter für dieses config.vm-Objekt entsprechend angucken und entsprechend auch setzen. Das heißt, wir werden da nicht groß drauf rückgreifen. Wir werden uns nachher noch hier vm.network angucken, wie man eben weitere Netzwerke an so eine Vagrant-Box mit ranbekommt. Und Provision wird man natürlich machen. Aber wer da noch mal irgendwelche Details braucht kann, der findet da alle Parameter entsprechend aufgeführt. Wenn wir die Box jetzt entsprechend starten würden, dann hätte der dann eben den Hostname Vagrant gesetzt. Also nicht sonderlich spannend. Deswegen machen wir direkt mit dem nächsten Beispiel weiter. Und zwar Ressourcen anpassen. Also normalerweise so eine Vagrant-Box, wenn man die runterlädt von Atlas, dann kommt die schon mit einem mitgelieferten Vagrant-File. Und normalerweise sind da die Ressourcen innen drin relativ gering. Das heißt, die Virtual-Box von U500 hat irgendwas mit, ich glaube, 500 MB RAM und eine CPU. Und das reicht halt für die wenigsten Sachen. Deswegen kann man sich entsprechend einfach mit diesem Provider-Objekt innerhalb von diesem Config-VM-Objekt auf die Ressourcen-Eigenschaften von VirtualBox drauf zugreifen. Und könnt ihr jetzt hier dann eben über Memory und CPUs entsprechend für VirtualBox die Ressourcen anpassen. Hier gibt es auch wieder noch mehr Konfigurationsparameter, die man setzen kann, die jetzt aber auch nicht wirklich spannend sind. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn man jetzt Vagrant auf einer Workstation betreibt, wird es eben normalerweise per Default in Headless gefahren. Das heißt, man sieht eben nicht die Ausgabe vom Screen. Man könnte jetzt eben, wenn man zum Beispiel das GUI auf True setzt, entsprechend das Ganze in einem nicht-Headless-Status fahren, das dann von VirtualBox direkt der Screen mit hochkommt. Oder man kann die ganzen Sachen, die man eben mit dem V-Box-Manager auch durchführen kann, entsprechend auch über dieses Provider-Objekt mit ausführen. Das heißt, indem man einfach dieses V-Customize hinten dran mit dem Modified-VM-Command zum Beispiel, das wäre dann einfach eben das Comment, was man hier mit auch draufschmeißt und kann dann darüber auch die ganzen einzelnen Parameter und Optionen von diesem V-Box-Manager über Vagrant ausführen und anpassen. Genau, das ist jetzt auch mit hier drin. So, das heißt, genau, jetzt haben wir unser virtuelles System auf dem Hypervisor gestartet und wir kommen da irgendwie per Localhost auch dran. Das bringt uns aber erstmal noch nichts. Das heißt, wir wollen ja auch irgendwie nachher irgendwas auf dem virtuellen System installieren und ausführen. Das heißt, man hat bei Vagrant dann eben die Möglichkeit, sogenannte Forwarded-Ports zu machen. Das heißt, wir haben unser Hypervisor-System und auf dem können wir die Ports definieren, jetzt hier zum Beispiel 8080 und sagen, dass dieser Port 8080 auf dem Hypervisor-System, auf das interne System, auf das Gastsystem, auf Port 80 entsprechend weitergeleitet werden soll. So, dass man dann nachher eben einfach, wenn wir das System hochgefahren haben und jetzt zum Beispiel innerhalb von der Instanz einen Web-Server installieren, dann würde das dann eben über den externen Hypervisor über Port 8080 entsprechend dann der Web-Server erreichbar sein. Und so kann man dann eben einfach hier drinne sich seine Web-Applikation zum Beispiel installieren und vorkonfigurieren und anschließend, wenn man im GitHub-Repositors-Werkrant ausgeführt hat, dann nachher auf der lokalen Workstation auf Port 8080 und dann kommt man eben innen drinne auf dem Web-Server einfach wieder raus. Was man auch machen kann, wie lange das hier hochführt wird, also ist es da. Genau, man sieht jetzt hier auch diesen Host neben dem wir eben in dem vorherigen Beispiel gesetzt haben, dass der jetzt eben auf Vagrant ist und dass wir hier auch entsprechend jetzt den 1 Gigabyte RAM haben. Also das ist die eine Möglichkeit, auf virtuelle Systeme eben innerhalb, also auf Diensten darauf zuzugreifen. Die andere Möglichkeit ist, dass man eben zusätzliche Netzwerke an die virtuellen Systeme dranhängt. Das heißt, per Default, also ich muss auch per Sudo, per Default habe ich hier drinne dieses ganz normale kleine Standardnetzwerk, dieses 10.0.2.15, was man auch von KVM kennt. Also hier, das ist einfach auf Ethernet 0 mit eingeklemmt und man kann jetzt eben auch einfach hingehen und kann sich hier oben ein weiteres Private-Network mit dran definieren. Das heißt, wenn wir jetzt hier dieses Vagrant-File starten würden, hätten wir eben noch ein Ethernet 2, Ethernet 1 wäre es von der Nummerierung her, wo dann eben in dem 192er-Netz mit reingehängt ist. Und da kann man beliebig viele Netzwerke mit dranhängen, so viele Virtualboxen entsprechend unterstützt und kann auf die dann auch über das lokale System, auf diese IP-Range wieder darauf zugreifen. Oder man könnte sich auch dieses Private-Network jetzt an der Bridge dranhängen, das auf dem Hypervisor draufläuft und kann dann auch über extern auf dieses System entsprechend auf zugreifen. Ja. Nee, das macht er automatisch. Genau, also man kann es auch erstellen. Also das geht auch. Moment. Also per Default erstellt er das einfach. Genau, man dann hier dieses Host-Only-Netzwerk. Und das macht man einfach hier, wenn man dieses Virtualbox-Innet explizit auf True setzt. Und das andere wäre eben, äh andersrum, Entschuldigung, wenn er das auf True setzt, dann nimmt er ein internes Netzwerk, ansonsten nimmt er ein Host-Only-Netzwerk. Also das ist im Endeffekt beide ungefähr das Gleiche. Und was man machen kann, ist man kann sich ein Netzwerk auch vorerstellen und kann dem dann hier aber auch den Namen mitgeben. Das heißt, wenn ich hier, kann ich mir auf Virtualbox-Seite schon mal ein internes Netzwerk anlegen, gebe dem Ganzen den Namen Testing, dann würde Vagrant das existierende Netzwerk entsprechend mit weiter nutzen. Wenn es aber nicht, wenn es einfach nicht gesetzt wird, dann legt er das manuell an und wird es dann auch wieder abräumen, wenn er die Instanz entsprechend wieder runterfährt. Also das ist ganz gut, wenn man Vagrant dann zum Beispiel mit einem existierenden VMs irgendwie zusammen verheiraten will. Dafür kann man das dann gut verwenden. Genau, also wir haben jetzt, also ich mache jetzt hier einfach nur kurz einen Web-Server drauf, der dann per Default hoffentlich auf Port 80 läuft und ich kann dann eben entsprechend über mein Hypervisor-System über Port 8080 auf diese Webseite jetzt darauf zugreifen, die jetzt eben innerhalb von meinem virtuellen System läuft. Also das wäre jetzt eben eine der Möglichkeiten, um auf einen Dienst, der wirklich auf dem virtuellen System angeboten wird, dann auch den Zug machen zu können. Genau, wenn man, das hier starte ich jetzt noch einmal. Das ist zwar jetzt so schon ganz nett, allerdings muss man darüber dann eben auch den kompletten Haus nehmen und weitergeben. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Kunden habt und ihr wollt dem irgendwas vorführen, gibt es eben noch die andere Möglichkeit. Und zwar kann man über diese Atlas-Cloud, wenn man dann einen Account hat, kann man sich da mit Vagrant Login einloggen und kann anschließend ein... Ah ja, das ist nur ein Fehler, den man auch beachten sollte. Das sage ich gleich. Man kann einfach über Vagrant Share einmal die SSH-Session exponieren über einen Port, der nachher über die Atlas-Cloud läuft. Das heißt, wenn ich das jetzt ausführe, bekomme ich hier entsprechend gleich meine URL, meinen Namen zurückgegeben. Und jetzt kann ich mich von irgendeinem anderen System aus über diese ID mit meinem virtuellen System verbinden. Das heißt, ich habe einfach, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein anderes System habe, kann ich jetzt Vagrant Connect machen, gebe den Namen mit und bin jetzt auch wieder auf diesem virtuellen System mit drauf verbunden gleich. Das macht er jetzt aber nicht. Ah, ich habe... Ah, okay. So, und jetzt bin ich eben einfach wieder auf mein virtuelles System draufgesprungen über die Atlas-Cloud. Das heißt, so kann man eben einfach, wenn ich jetzt nachher einen Kunden habe und ich habe irgendein Problem zum Beispiel mit einer Fixumgebung, die ich für den gebaut habe, dann kann ich dem Kunden einfach jetzt nur diesen Namen schicken und er kann sich dann eben mit seiner Vagrant-System auf seiner Workstation zum Beispiel mit per SSH auf meine virtuelle Instanz drauf einloggen und kann da dann irgendwelche Sachen machen und anschließend könnte ich jetzt auch einfach hier drüben wieder das Ganze stoppen und dann fliegt der hier auch drüben auch wieder auf der virtuellen Instanz raus. Das ist, ja, Moment, das, ja, die funktioniert auch. Und das ist das andere Schöne, das heißt, ich habe ja meinen Web-Server oben drauf laufen mit Port 80, der vorgeworden wird auf Port 8080 und ich kann entsprechend auch diesen Port weiterreichen. Das heißt, das mache ich aber anders. Dann mache ich einfach nur einen Vagrant-Share. Das heißt, ich möchte jetzt kein SSH weitergeben, sondern der Kunde soll einfach nur per HTTP drauf zugreifen können und dann habe ich jetzt die Möglichkeit, über diese URL auf dieses virtuelle System drauf zuzugreifen. Und so kann man dann eben dem Kunden, weiß ich nicht, irgendwelche Zwischenstände von der Entwicklung zeigen oder dass ein UX-Designer irgendwie dann sein Web-Interface zur Verfügung gestellt bekommt und hat dann die Möglichkeit, eben über so eine externe URL direkt auf das virtuelle System zuzugreifen und dann muss ich nicht irgendwelche Gedanken machen, wie kommt denn jetzt irgendwie der Kunde von außen in mein internes Netzwerk und hin und her. Das heißt, man muss eben nur Zugriff auf diese A-Class-Cloud haben und kann darüber dann diesen Austausch von den Verbindungen entsprechend abmachen. Also bei HTTP jetzt nicht, was ich jetzt machen kann, wenn ich die SSH-Verbindung mache. Ich habe jetzt hier einfach SSH-No-Password gemacht und da kannst du entsprechend ein Passwort verlangen. Und was auch noch ganz schön ist, man kann auch machen, SSH-Once ist das, glaube ich, genau hier, dass eben wirklich nur einmal eine Verbindung von außen zugelassen wird. Das heißt, man schickt dann die Mail entsprechend an den Kunden, der verbindet sich per SSH und anschließend wird aber nicht nochmal eine zweite Verbindung zugelassen. So, dass man dann jetzt eben entsprechend, also wenn ich das jetzt hier gemacht hätte, dann hätten sich jetzt zehn Leute drauf verbinden können, mit dem Once hätte sich eben nur der erste drauf verbinden können. Und die Verbindung ist eben auch immer nur so lange offen, solange ich dieses Vakon-Share auch aktiv hier laufen habe. So, normalerweise läuft dann die Instanz wirklich nur auf dem Localhost, sodass eben keine externe Verbindung irgendwie drauf möglich ist. Genau. Ja, was man hier noch gesehen hat. Ja, wir kriegen das wieder runter. Wenn man auf einem Hypervisor-System eben versucht, diesen 8080-Port zweimal auf den Port 80 auf dem Host umzuleiten, dann funktioniert das eben nicht. Das heißt, wir haben ja hier eine laufende Instanz momentan. Das kann man sich mit welchem Status anzeigen lassen. Das heißt, in dieser Instanz vorwarten wir den Port 8080 schon auf den Port 80 vom Hypervisor. Und wir haben jetzt hier versucht, das andere Beispiel zu starten, in dem eben auch dieser Port 8080 umgeleitet wird. Und entsprechend bekommt man dann hier eben den Hinweis, dass der Port schon genutzt wird und das Ganze eben nicht nochmal möglich ist. Das heißt, man muss hier eben erst die Instanz einmal runterholen, bevor man dann eben das gleiche Port-Forwarding nochmal machen kann. Genau, das dauert einen Moment, bis es oben ist. Sharing Packaging. Genau, was jetzt, das müssen wir kurz warten, bis es oben ist. Genau, was man jetzt hier eben sieht, ist dieses zweite Netzwerk, was wir eingerichtet haben. Das heißt, hier würde entsprechend eben das zweite Network-Device reingehängt, was dann automatisch auch von Vaquant schon mit einer statischen IP-Adresse entsprechend konfiguriert wird. Man hat dann die Möglichkeit, dann eben auch auszuwählen, dass das Netzwerk-Device nicht konfiguriert wird, beziehungsweise, dass eben noch ein DHCP-Surfer mit reingehängt wird und das Ganze dann per DHCP gemacht wird. Per Default wird das immer statisch konfiguriert, das neue Netzwerk-Device. Was man jetzt noch hat, was auch sehr schick ist, Vaquant ist ja primär dafür da, dass man eben Entwicklungsbedingungen für irgendwelche Software bereitstellt, die auch schon im Repository drin ist. Das heißt, wir starten das virtuelle System, wir müssen jetzt auch irgendwie auf den Code drauf zugreifen können. Und dafür benutzt Vaquant diese sogenannten Sync- oder Shared-Folders. Das heißt, man sieht hier, dass dieses Verzeichnis, in dem wir das Vaquant auch gestartet haben, auf gut Vaquant gemountet wurde. Das heißt, wir können jetzt hier einfach nach Vaquant gehen und haben hier entsprechend dann auch die Dateien drin, die in dem Verzeichnis, wo ich Vaquant gestartet habe, auch zur Verfügung gestellt werden. Und ich kann jetzt die hier auch drin verändern. Das heißt, wenn ich hier jetzt was ändere, dann würde das entsprechend auf dem Hypervisor auch wieder in dem Repository außen wieder rauskommen. Ich habe so dann eben die Möglichkeit, dass ich jetzt zum Beispiel hier mit meinem Git drauf arbeiten kann. Dann will ich meinen Vaquant irgendwie hochfahren und testen da schnell was und mache eine Änderung, irgendwie ein Patch, kann anschließend das Vaquant wieder löschen und habe die geänderten Dateien aber immer noch in diesem Verzeichnis mit drin liegen. Und kann so dann eben schön auch irgendwelche Sachen direkt live testen oder ausprobieren und so weiter. Und man hat hier auch die Möglichkeit, nochmal sich eigene Verzeichnisse mit reinzuhängen. Das heißt, das Beispiel ist das 12. Das heißt hier, wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel ein spezielles Verzeichnis nochmal, was irgendwo auf dem Hypervisor liegt, auf eine andere Destination innerhalb von der Instanz verschieben, kann ich mir auch nochmal mehrere Sync-Folders mit reinbasteln. Das Ganze ist per Default, ist das das V-Box FS. Das ist so ein Ding, was halt von VirtualBox mitkommt als Dateisystem. Man könnte jetzt aber hier auch eine NFS zum Beispiel benutzen oder per AirSync das Ganze machen, sodass man dann eben nicht unbedingt auf VirtualBox unten drunter angewiesen ist. Was man auch machen kann, ist, Vagrant ist normalerweise, die Kommandos sind immer bezogen auf das Verzeichnis, wo ich gerade drinne bin. Das heißt, wenn ich hier Vagrant-Status mache, dann geht der davon aus, dass hier auch ein Vagrant-File drinne ist, dass er eben gegenprüfen kann. Was es auch noch gibt, ist eben Vagrant-Global-Status. Mit dem kann ich dann eben anzeigen, was komplett auf diesem Hypervisor draufläuft. Das ist immer dann ganz praktisch, wenn er irgendwo vergessen hat, seine Vagrant-Instanzen wieder abzuräumen. Und irgendwann läuft der Hypervisor halt voll, dass man dann eben einfach identifizieren kann, in welchem Verzeichnis ich das gestartet habe. Und ich kann da dann eben entsprechend reingehen und kann die Instanzen aufräumen. Genau, also da gibt es Fragen bis zu der Stelle, weil ich würde dann mit der Provisionierung weitermachen, wo es eigentlich interessant wird mit Vagrant. Ja. Diese Cloud-Geschichten, um das über das Internet verhaltbar zu machen, ist das auch nur so ein Netto-Service oder so etwas? Also du musst dir halt da ein Login holen, aber der kostet nichts. Also man kann sich auf dieser Atlas-Cloud registrieren und man könnte dann auch über die Dienstleiste kaufen, also irgendwelchen Private Storage und sowas. Aber jetzt nur dieser Share-Feature und ist kostenfrei. Was man eigentlich machen möchte mit Vagrant ist, man möchte halt eine Umgebung aufbauen. Dafür muss man ja auch noch eine Provisionierung durchführen. Das heißt, eigentlich ist dieses Maschinenhochbring, Netzwerke dran kleben und so weiter, eben nur die Vorbereitung, um letztlich dann die Provisionierung durchführen zu können. Es gibt diverse Möglichkeiten bei Vagrant. Ich zeige jetzt einfach mal drei Stück. Das heißt, die einfachste ist, wir kopieren einfach Dateien von dem Host-System auf eine Instanz obendrauf. Das macht man einfach mit diesem Aufruf. Das heißt, wir haben eben eine lokale Datei mit der Destination auf der virtuellen Instanz wieder, kopieren die einfach rum. Das Ganze wird dann einfach per S-Copy hochgeschoben. Ja, gut, der Mehrwert ist irgendwie relativ gering davon, aber kann man machen. Was man eigentlich machen möchte, ist, man möchte Skripte ausführen. Das kann man eben auch wieder über einen Provisioner machen, indem man einfach diesen Shell-Provisioner nimmt. In dem Ganzen kann man dann in Inline-Skript mitgeben. Das heißt, wir definieren einfach diesen Befehl, der entsprechend ausgeführt werden soll und während der Provisionierung von dem System wird dann der Befehl per SSH wieder auf dem System ausgeführt. Damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher wird, packt man sich das Ganze eigentlich immer in eine Ruby-Variable rein, damit man eben nicht irgendwie so eine komische lange Zeile rausbekommt und man definiert sich sein Skript oben einfach und verwendet das hier unten dann entsprechend als Inline-Parameter. und kann so dann den Code, den man oben drin definiert hat, komplett ausführen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel von Terraform das Beispiel anguckt, die haben das so gemacht. Das heißt, die haben hier oben ihr Provisionierung-Skript definiert, wie sie eben ihr Terraform, die Entwicklungsgebung vorbereiten mit irgendwelchen Shell-Zeugs und hier unten wird eben einfach einmal dieses Skript ausgeführt während der Provisionierung. Das ist im Endeffekt alles. Das heißt, was wir hier bei dem Beispiel sehen, ist, dass wir hier ein Important-File rüberkopiert haben, das jetzt entsprechend auch lokal auf dem virtuellen System vorhanden ist. und bei dem anderen Beispiel sehen wir im Endeffekt einfach nur die Echo-Ausgabe. Das Ganze ist aber auch nicht wirklich komfortabel. Das heißt, eigentlich möchte man das dann auch nicht innerhalb von dem Variant-File mit rüber migrieren, sondern man möchte das dann einfach in eine Extended-Datei mit reinschieben. Das heißt, man hat auch natürlich die Möglichkeit, einfach hier ein Skript-Fad mit anzugeben, sodass man eben anschließend da dieses Skript in die lokale Datei reinschiebt und Belgrant würde dann die Datei pssh wieder auf die Instanz rüberkopieren und anschließend einfach die Datei auf dem virtuellen System ausführen. Und die Ausgabe würde dann aber in dem Moment genauso aussehen. Das heißt, er hat jetzt das System hochgefahren, hat jetzt im ersten Schritt hier eben diese Datei rüberkopiert und im zweiten Schritt hat er den Provisioner Shell ausgeführt, hat dann eben das Inline-Skript ausgeführt und die Ausgabe ist dann einfach HelloFrostCon und entsprechend würde dann noch diese eine Datei mit anlegen. Das hier ist ein Bug in Vagrant, der angeblich geschlossen ist. Genau, man muss hier einfach, also man kann noch die SSH-Shell mit definieren, dann würde jetzt eben diese Ausgabe entsprechend nicht mehr kommen. Also es ist eigentlich egal, aber es sieht immer unschön aus, wenn es da so rot im Output ist. Was man auch machen kann, ist, also man kann beliebige Provisioner nehmen. Also Shell ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Man hat noch die Möglichkeit, man kann Puppet verwenden, man hat Ansible, Salt, Chef. Also irgendwie alles, was es so an gängigen Provisionern gibt, kann man entsprechend auch verwenden. Also ich habe ein Beispiel jetzt gemacht mit Ansible. Das heißt, wir können jetzt hier einfach, das heißt, wir haben hier oben ist unser Shell Provisioner. Wir haben jetzt hier einfach definiert, dass wir ein Ansible Playbook ausführen wollen und das würde genauso funktionieren. Das heißt, wir haben lokal einfach hier ein sehr einfaches Playbook liegen und das möchten wir jetzt eben auch dem virtuellen System entsprechend ausführen. Und wenn wir das Ganze starten, würde einfach jetzt wieder dieses Ansible Playbook rüberkopieren und würde das dann eben auf dem System ausführen. Wichtig ist, dass man den Ansible Provisioner auf dem Hypervisor entsprechend auch installieren muss. Das heißt, der generiert jetzt hier dynamisch einen Host-File für das Ansible. Das müsste hier drin liegen. Das kommt erst, wenn der Provisioner auch läuft. Und der führt dann einfach das Ansible auf dem Hypervisor auf, das dann eben entsprechend gegen die virtuellen Systeme auch ausgeführt wird. Genau, also jetzt müsst ihr hier eigentlich, genau. Also er legt hier die Inventory-Datei ein, wo er dann eben entsprechend sagt, wo dieses System erreichbar ist, führt dann auf dem Hypervisor entsprechend das Ansible aus, was jetzt gerade hier oben läuft und würde jetzt eben gerade den Update-Cache aktualisieren und macht entsprechend danach eine Installation von dem VI. Das Schöne ist, also wenn man so ein Shell-Skip mehrmals hintereinander ausführt, dann passieren ja manchmal komische Dinge. Aber Ansible ist generell darauf ausgelegt, dass man es eben mehrmals ausführen kann. Das heißt, wir könnten jetzt hier auch noch mal einfach mit Vagrant Provision nur alle Provisionierungsschritte ausführen lassen und wir können jetzt hier auch explizit auswählen mit dass wir jetzt eben nur den Ansible Provisioner noch mal drüber laufen lassen wollen und jetzt würde eben entsprechend der Ansible-Schritt auf dem laufenden System noch mal ein zweites Mal ausgeführt werden. Das heißt, wenn man jetzt hier irgendwelche Anpassungen macht im Playbook keine Ahnung noch mal ein zweites Paket installieren oder sowas und dann könnte man jetzt eben einfach noch mal den Provisionierungsschritt entsprechend ausführen lassen und der würde dann eben das zweite Paket jetzt dann im zweiten Schritt noch mal nachinstallieren. Das sollte man aber zum Beispiel wenn man Shell Provisioner eben drin hat eben nicht machen weil das normalerweise nicht darauf ausgelegt ist dass man es zweimal hintereinander ausführt. Also das Ansible prüft eben vorher explizit ab ob es noch mal was machen soll oder nicht. Genau und jetzt macht er hier eben noch mal den Schritt den wir gerade hinzugefügt haben. Das BI hat er aber ja schon vorher installiert gehabt entsprechend wird das eben nicht noch mal installiert. Und von der Ausführung her sieht das jetzt eben wenn ich jetzt ein Paket oder sowas nehme nicht anders aus. Das heißt man hat hier eine genau hier hat man eine Auflistung von allen Provisionern die eben in dem Default-Paket mit drin sind also CF-Engine diverse Chefmöglichkeiten Docker, Puppet, Salt und man hat jetzt auch noch die Möglichkeit Plugins zu benutzen und hat hier dann auch noch mal die Möglichkeit diverse Sachen nachzuinstallieren die eben nicht im direkt bei Vailcrap mitgeliefert werden. Wo ist das? Ne, das war genau mal hier Also da gibt es nochmal diverse Provider also zum Beispiel für DigitalOcean oder AWS Google Cloud Engine äh Compute Engine oder LibWord gibt es auch also wir haben da eben auch mit KVM LibWord auf dem lokalen Hypervisor arbeiten und das entsprechend integrieren äh und hat da die Möglichkeit dann äh die Sachen einfach per Plugin nachzuinstallieren das heißt wenn ich jetzt zum Beispiel OpenStack benutzen möchte als als Backend würde ich einfach Plugin install und jetzt würde der entsprechend eben das Vagrant Plugin installieren das kommt einfach als Ruby Jam äh daher und jetzt hat er eben entsprechend dieses Vagrant OpenStack Provider als Plugin lokal installiert und man könnte das jetzt eben entsprechend als äh Provider benutzen ja und so kann man sich dann eben nochmal die fehlenden äh Provider je nachdem welche Cloud man benutzt oder welchen Hypervisor man hat äh nachinstallieren je nachdem was man hinten dran hat als Provider sieht dann die Bedienung ein bisschen anders aus also das hier jetzt zum Beispiel ein Beispiel für äh den OpenStack Provider und man hat jetzt hier eben andere Konfigurationsoptionen entsprechend bei VirtualBox muss ich ja keine äh Credentials mit angeben und wenn ich jetzt eben OpenStack mit hinten dran antreiben möchte dann muss ich eben nochmal diverse äh Authentifizierungsparameter mit angeben oder sagen welches Flavor ich benutzen möchte oder statt der Basebox wie bei VirtualBox habe ich jetzt eben einfach ein Image was eben auf der OpenStack Cloud schon vorhanden ist und das muss man dann nochmal äh entsprechend spezifizieren was jetzt wichtig ist wenn ich jetzt Vakrant Up äh mache wenn ich einen anderen Provider benutze dann kann ich den entsprechend hinten mit angeben ja das heißt jetzt sage ich eben einfach ich möchte jetzt das Ganze eben auf meine OpenStack Cloud obendrauf ausfahren und ich möchte jetzt das Ganze eben nicht mit VirtualBox ansteuern und entsprechend verbindet er sich jetzt mit der OpenStack Cloud in dem Fall holt sich die ganzen Sachen die er runter äh benötigt und würde jetzt dieses Vakrant File gegen die OpenStack Cloud ausführen wenn es dann funktioniert das ist nur ein DevStack was da irgendwie drauf läuft mit auf dem System das heißt da hat er jetzt irgendeinen lokalen Fehler gemacht aber vom Prinzip her ist das der einzige Unterschied den ich machen muss um nachher mein Vakrant File für eine andere äh Umgebung hinten dran anzupassen das heißt ich kann durchaus auch mehrere Provider in einem Vakrant File schon mit drin definieren ich könnte jetzt ein LibWirt noch mit drin haben und ich würde dann einfach hier Provider LibWirt mit angeben und könnte dann das gleiche Vakrant File auf VirtualBox laufen lassen auf VMware auf OpenStack auf der Google Compute Engine und muss mich daran aber nicht kümmern was der Entwickler jetzt eigentlich hat also das ist so einer der Vorteile die man nachher hat wenn man Vakrant benutzt ähm genau was habe ich noch äh ja genau und zwar eine Maschine ist auch ziemlich langweilig das heißt man hat normalerweise in so einer Testung immer mehrere Maschinen und entsprechend kann man sich auch ne auch mehrere Maschinen in Vakrant definieren also man hat sogenannte Multi-Machine Environments und das sieht einfach so aus dass man äh sich ein ein VM Objekt im Endeffekt innerhalb von Ruby holt und das dann entsprechend wieder äh konfiguriert das heißt wir sagen jetzt hier in dem Beispiel setzen wir einfach irgendwelche Default Parameter das heißt wir möchten halt äh diese drei Provisioner Schritte ausführen wir möchten auf jeder der Instanzen die wir starten ein synchronisierte äh äh Verzeichnis haben und anschließend definieren wir uns hier die erste Instanz geben der entsprechend wieder einen Namen wir machen ein Port Forwarding wir geben dem ganzen IP-Adressen in ein privates Netzwerk und machen das ganze dann nochmal für eine zweite Instanz und das kann man beliebig vor allem äh sich ausbauen wenn man jetzt hier dann eben entsprechend reingeht ist eigentlich der einzigste Unterschied den man jetzt erstmal sieht dass man hier eben das ganze für zwei Maschinen hat und jetzt werden die ganzen Schritte wo wir vorher für eine Maschine gemacht haben entsprechend für zwei Schritte gemacht und das war es auch schon und so kann man sich da beliebig komplexe äh Umgebungen zusammenbauen also ich habe jetzt zum Beispiel eine äh äh Vagrant-Umgebung für OpenStack mit PackStack hinten drauf wo dann eben fünf Knoten glaube ich drin sind mit weiß ich weiß es gar nicht also das jetzt wäre so ein Vagrant-File für eben eine komplexe Umgebung wo dann eben nochmal diverse Netzwerke hinten dran gehängt werden oder wo Block-Devices mit hinzugefügt werden äh oder wo eben auch einfach mehrere Instanzen vorhanden sind also da kommen nachher ich glaube fünf Instanzen sind äh und genau was man hier auch noch schön sieht ist dass man eben innerhalb von diesen Vagrant-Files auch immer Ruby-Code mitverwenden kann das heißt ich habe hier oben äh lade ich mir eine Konfigurationsdatei und die hole ich mir einfach aus einer YAML-Datei raus und ich kann dann auf diese ganzen äh Konfigurationsparameter auch einfach zugreifen das heißt man kann das Ganze auch sehr dynamisch machen indem ich hier zum Beispiel einfach beliebige Anzahl von ähm Adressen für Compute-Knoten definiere und jeder dieser Adressen wird nachher ein virtuelles System das heißt wenn ich nachher brauche ich das Vagrant-File gar nicht mehr anpassen sondern ich kann einfach hier in meine ähm Config-Datei reinschreiben dass ich eben genau hier meine weiß ich nicht 20 Compute-Knoten virtualisiert betreiben möchte und entsprechend würde ich dann in dem Vagrant-File nachher auch 20 Compute-Instanzen erstellt bekommen das heißt da hat man eben die Möglichkeit komplett Ruby drinnen zu benutzen und und das entsprechend dann noch auszubauen genau hier ist er beim zweiten Knoten mittlerweile das heißt er hat jetzt hier die Prosenierung einmal für den ersten Knoten gemacht und macht das ganze jetzt nochmal für den zweiten mit und was wir jetzt machen können ist einfach was ich den Status einmal anguckt dass wir jetzt eben zwei Instanzen haben und jetzt können wir eben wenn wir das versuchen sagt er jetzt gleich ah Moment ich weiß nicht auf welche genau entsprechend kann man einfach den Namen mit angeben und würde jetzt eben entsprechend auf der ersten Instanz rauskommen und wenn man hier das ganze unten macht mit auf der zweiten Instanz und jetzt habe ich eben auch noch die Möglichkeit also wenn ich jetzt die Instanzen ohne den zusätzlichen Private Network aufgebaut hätte dann hätte jetzt jede Instanz hier einfach nur sein 10.0.2.15 worüber die natürlich nicht kommunizieren können und deswegen hat man jetzt hier eben auch die Möglichkeit von diesem Private Network das heißt hier habe ich einmal meine 50.4 zugewiesen hier einmal die 50.5 und entsprechend kann ich jetzt hier auf die andere Instanzen dann auch mit rüber gehen das heißt wenn ich da weiß ich nicht eine Datenbank zum Beispiel auf dem oberen Knoten habe und auf dem unteren dann meinen Websurfer kann ich dann so entsprechend dann eben auch die Kommunikation zwischen den beiden Instanzen innerhalb von Vagrant dann auch herstellen und könnt ihr dann zum Beispiel jetzt in Powerboard ja achso noch fünf ja fast genau ich bin auch ich weiß nicht ach doch das Wichtigste dann auch noch vielleicht wie man diese Boxen baut und zwar jetzt hat man irgendwas gemacht und man möchte das natürlich irgendwie dem Kunden weiß ich nicht zuschicken zum Beispiel jetzt könnte ich hier einfach mein Vagrant Package machen und das erstellt mir jetzt einfach ja so erstellt mir jetzt also fährt die Instanz runter und anschließend zieht er einfach eine Kopie von dem Image das er benutzt hat und dieses Image was er gleich erstellt hat da packt er noch so ein minimales Vagrant File mit rein und das könnte ich dann wieder als neue Box importieren kann es dann entsprechend weiter benutzen also man kann auch durchaus zum Beispiel sich manuellen System davor installieren mit irgendwelchen Sachen drauf und macht dann Export dann kann man es dem Kunden irgendwie als Download zur Verfügung stellen der Kunde startet es bei sich einfach und hat dadurch dann eben eine komplett fertige Entwicklungsgebung bei sich schon dastehen das andere was man machen kann ist Packer zum Beispiel und damit kann man sich eben auch Vagrant Boxen schon bauen das heißt damit kann man komplett ein Kickstart zum Beispiel auf gestarteten virtuellen Systeme ausführen und kann anschließend dann einen Export nach Vagrant machen genau also das ist jetzt meine Box dann gleich und die Box kann ich einfach lokal dann importieren und dann kann ich eben wieder ein Vagrant Init machen mit dem neuen Boxnamen und habe anschließend dann eben die Möglichkeit aus diesem Image wieder neue Virtual Instanzen zu erstellen genau also ja gibt es noch Fragen also ich habe glaube ich das sind so die wichtigsten Sachen eigentlich also man kann auch diverse Sachen mehr machen aber nicht wirklich viel mehr also man hat eben viele Features die einfach fehlen kommen eben als Plugins das heißt das ist eigentlich ziemlich wichtig dass man die Plugins einfach mal durchgeht weil was man zum Beispiel nicht hat ist jetzt ein integrierter Snapshot Modus das heißt wenn ich jetzt irgendwelche Änderungen mache dann kann ich kein Rollback von diesen Änderungen machen wenn die Instanzen schon läuft und da gibt es einfach sehr viele Sachen die hier also Sandbox heißt das glaube ich nie Sahara also Sahara ist zum Beispiel ein Plugin was dann eben Snapshot Support nach Vagrant reinbringt und da sind eben ganz viele Sachen die einfach per Plugin zur Verfügung gestellt werden und eben nicht innerhalb von Vagrant mitgeliefert werden also da sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf machen also Hostmanager ist zum Beispiel noch sehr gut damit kann man dann die ETC-Host-Datei verwalten weil das Vagrant von sich aus keinen integrierten DNS-Server hat das heißt wenn ich jetzt hier in meiner achso, den haben wir angehalten zum Exportieren aber der würde jetzt hier momentan den First also in der gleichen Umgebung nicht kennen und wenn man dieses Hostmanager-Plugin hat dann wären entsprechend in der ETC-Host-Datei dann auch Einträge auf die anderen Instanzen innerhalb von dieser Multimachine-Environment mit drin was ich jetzt hier machen kann ist einfach Box Add jetzt fügt ihr eben diese lokal erstellte Datei als Box innerhalb von Vagrant zur Verfügung und man hat jetzt eben dann die Möglichkeit dass man diese gerade paketierte Box auch wieder einfach in diesem normalen Vagrant Workflow dann auch benutzt das ja also gibt es noch Fragen also ja hauptsächlich in Frage wie ich jetzt gerade hatte ich habe jetzt hier schon viel von Docker gehört und habe jetzt eigentlich einen Unterschied zu verstanden Docker ist im Prinzip jetzt mal ganz plakativ gesagt das gleiche, bloß in Hypervisor dass ich halt ein abgetrenntes System habe also Docker ist primär dafür da nachher einfach du stellst halt komplette Entwicklungsgebung auf einem virtuellen System oder mehreren zur Verfügung bei Docker ist das ja nicht der Fall und also gerade wenn du jetzt halt unterwegs bist hast du ein Laptop einfach nur dabei dann hast du halt eine Virtual Box drauf und kannst dann eben mit Vagrant eben sehr schnell eine Entwicklungsnummer hochziehen und kannst hier dann auch leicht transformieren und weiterreichen weil du einfach weißt was innerhalb von dem Ding läuft du kannst mit Vagrant auch Docker ansteuern also das geht auch ich habe Vagrant mit Docker noch nie also ich weiß, dass es Docker-Integration hat habe das aber noch nie benutzt mit Vagrant jetzt direkt also ich benutze es eigentlich immer nur mit virtuellem System hinten dran wo ich dann irgendwelche Provisionierung mache also wir haben bei Kunden zum Beispiel eine Vagrant-Umgebung der hat eben seine komplette Produktion mit OpenStack innerhalb von Vagrant nachgebildet mit Puppet hinten dran und so hat er eben die Möglichkeit einfach jederzeit seine Puppet-Manifeste durch die QA durchzuschießen über Vagrant und ist da eben nicht irgendwo drauf angewiesen ja also es ist so gedacht dass man halt in den Provisioner-Dateien definiert wie das Entwicklungssystem aussehen soll aber nicht so dass du halt was machst und dann speicherst du den Zustand oder der stellt irgendwas automatisch daraus sondern das musst du schon selbst machen ja das kommt das kommt auf den Kunden an sag ich mal also wenn der Kunde ein Entwickler ist und du halt irgendwas dem Kunden der selbst entwickeln soll dann kannst du dem natürlich das Vagrant-File mit dem Repository schicken aber wenn du jetzt zum Beispiel einen UX-Designer hast dann würdest du dem vielleicht nur wirklich dieses Port-Sharing machen oder halt wirklich sagen hier hast du deine Box startet die mal auf VMware du musst dann nur noch auf Port 80 drauf also das ist denke ich mal je nachdem was man auf der anderen Seite sitzen hat sollte man dann entsprechend dann entscheiden was man benutzt aber vom Prinzip her würde es reichen wenn man einfach nur das Vagrant-File mit den zugehörigen Dateien wenn man irgendwas poseniert mitgibt und dann eben ein Vagrant-Up ausgeführt wird Ja Kann man ein lokales Prozessor haben auf Boxen und dann kann man die Boxen liegen einfach als Blobs auf dem HTTP-Surfer und das Atlas ist eigentlich nur so eine zentrale Suchmaschine dafür man kann die sich natürlich auch lokal also es gibt noch diverse Projekte also Bento zum Beispiel von Chef wo eben schon sehr viele Vagrant- oder Packardateien in dem Fall zur Verfügung stellen die man einfach bauen kann und wo man auch reingucken kann das heißt auf den Sachen die auf Atlas liegen kannst du ja nicht reinschauen aber hier zum Beispiel ist eben also macOS, Windows was weiß ich und das kannst du dir auch runterladen in Packard dann bauen und dann entsprechend den Export von Packard nach Vagrant machen also das ist direkt als Exportmodul drin und kannst das dann lokal auf dem HTTP-Surfer zum Beispiel zur Verfügung stellen und dann machst du einfach Rackenbox-Add auf diese URL und dann lädt er sich das von da runter ja also ja warte mal gucken einfach mal rein also Packard ist im Endeffekt dafür da du hast eine ISO-Datei und willst ein Machine-Image daraus bauen und dafür müssen wir irgendwie die ganzen Installationsschritte durchgeführt werden und dafür ist das Packard da das heißt man kann Packard einfach sagen ich möchte ein neues VM-System boote mir bitte dieses ISO dann kannst du wirklich Keystrokes mitschicken damit man eben durch die anfänglichen Grupp-Sachen durchkommt und anschließend wird dann normalerweise ein Web-Surfer gestartet genauso hier das ist das Boot-Kommando das heißt er sagt einfach ich möchte einen Tab machen dann Linux Kickstart von dem und dem HTTP-Surfer und der würde eben von Packard auch bereitgestellt werden und da legt dann meine Kickstart-File für Fedora mit drauf und anschließend installiert der dann per Kickstart das System und dann hast du die Möglichkeit hier unten genau hier nochmal diverse Skripte nachher wenn das System fertig instinkt ist auszuführen also der würde dann halt nochmal irgendwie SSHD starten oder den Key mit rausschmeißen dass der immer drauf kommt und dann fährt das runter und dann macht er den Export einfach das ist im Endeffekt was im Endeffekt einfach nur genau also Maschinen und Container Images zum erstellen wenn man eben noch keine also man kann halt mit Vakon keine ISO-File ausführen und irgendwie damit was machen weitere Fragen ja natürlich also das musst du aber halt selber machen also also was man hier machen kann ist du kannst halt zum Beispiel Vakon-File und dann machst du wie heißt denn das Surfer-Spec also das müsstest du dir dann im Endeffekt in dein Vakon-File noch mit rein integrieren du kannst ja das ganze System Provision und anschließend kannst du als letzten Provisioner-Step einfach so ein Surfer-Spec zum Beispiel drüber laufen lassen und damit kannst du sicherstellen dass das was deine Provisioner davor gemacht haben auch wirklich dem ist was du halt erwartet hast also das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit wie ich es jetzt in einem Vakon-File machen würde sonst noch Fragen gut dann Dankeschön und com dann w das war auch ass das war einfach dann Untertitelung des ZDF, 2020